Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Nochmal, falls das andere vorher alles Bullshit war. Ich habe heute Männerseife gemacht, wie versprochen, für die Pflegewerkstatt 2.0. Ich habe welche mit Quarzack gemacht, wie die grüne Tante. Der steht hier. Ich habe die richtige Männerseife von der Küchenwerkstatt vorgestellt. Meine Küchenplatte, die schaltet jetzt aus. Und mein Trangiergasbrenner. Und das hier sind die tollen Chevy-Einsätze. Und hier altert gerade oder kühlt gerade die letzte Seife aus. Danke fürs Zuschauen. Und bis bald hoffentlich.